Geissprodukt! Kaufen Sie den Geissdreck! Kommen Sie jetzt in die Wazerkuppe! Kommen Sie in die Wazerkuppe! Hoi zusammen, wir sind heute hier im Mälz. Wir haben endlich mal ein Konzert, das wir vor einem Jahr eigentlich schon geplant haben. Wir stellen jetzt auf, kommen doch mit! Komm, wir rufen! Komm, wir rufen! Komm, wir rufen! Komm, Schatzli, komm! Hatte du noch was Sachen? Nein, schon mal! Ich kann nicht so tun, als wäre das... Wieso? Ja, du darfst das jetzt nicht auf die Cam sagen! Ja, vergiss das, was wir gerade gesagt haben, Zuschauer! So läuft es hinter dem Business! Ja, Lärin, wie können wir das? Ja, mega gut! Ja, gestern war ich ein bisschen am Feinkollegi, aber ich bin mir gut! Ja, es wäre eine schöne Zeit! Ja, es wäre eine Werbung! Gestern hat sich Jannick in die Linie geschleitet! Ja, nein, das ist gut! Und was hältst du denn von Corona? Ja, das ist schon zu gut! Dann scheiss dich auch an, gell? Ja, ist richtig! Weisst du, jetzt hätten wir hier das Mal zu füllen, miteinander die Leute! Aber nur 60! Ja! Das ist unglaublich! Das ist einfach mühsam, oder? Ja, du weisst das! Schau, was haltest du von der SGAP? Antidemokratische Verbands sind wir da! Und das wäre es gewesen, meine lieben Zuschauer! Bis zum nächsten Mal, die Drive-In News! Gummihadi! 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 Und dann gibt es noch einen, der wir meinen... Wo ist das scheiss Kasuch? Das kann ja nicht einfach verschwunden sein! Stell dir vor, es spielt einfach jemand so! Stell dir vor! Ich finde nicht mal meine Töne! Und? Es wäre aber eine geile Show-Lage! Wenn ich auf einem Konzert, wenn ihr das seht, dann würde ich sagen, geile Töne! Okay! Das wollen wir schon mal machen! Kannst du nicht noch ein bisschen warten? Warte! 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 Das ist wirklich! Lars, was würdest du dir in der Zeit merken? Ich nicht. Cerveza? Ja, ich habe Bier. Ja, mhm. I'm no hero, but I'm Superman. I'm trying to hide you the best that I can. I'm doing my glasses on and change my ear. Now I'm a different man. I'm no hero, but I'm Superman. Horsche Karamell! Karamell. 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 Karamell, die WhatsApp-Koppe. 40'000 Euro in einem Monat. Das ist momentan der absolute Renner, oder? In beige, oder? Wunderschöner Pulli. Relativ gross, ein bisschen Baggy auf der Seite, schön weich. Auch noch 3-4 Mal waschen ist super. Top geeignet, um chillen, um abwaschen. Eigentlich für alles. Dann nehmen wir hier T-Shirts. Wunderbar, ein kleiner Akzent vorne. Sorry, tut mir leid. Entschuldigung. Und hinten drauf gefunden ein paar Sätzchen. Quote von mir. Ah nein, ist nicht Quote von mir. Es ist Quote von Manu. Mit dem, kennst du das Gefühl, im ähnlichen Stil wie der Pullover. Wunderbare CDs. Unsere EP. Ein paar Mogas hinten drauf. Wenn er will, mit der Unterschrift. Sonst ist es auch nicht. Der Pullover gäbe es auch noch in Grau. Den haben wir aber dort oben. Das Gesteckte ist in Beige. Sieht auch gut aus. Schön zum Harderlook machen. Kapuzenlasenpulli. Nicht meine Wahl. Aber sehr angenehm und einfach zu tragen. Weil es halt ein Pulli ist, oder? Ein Hütchen, das ich jetzt rausgefunden habe. Nur zu einem Pullipost. Aber es ist gleich ein geiles Hütchen. Adjustable. Snapback, oder? Hier ist unser Kasseli. Gebt Geld. Wir haben keine. Danke. Saueren Messer. Oh nein, dann flisse ich nachher nicht. Ich habe hier Bier und Schnaps. Jetzt habe ich einfach so... Jetzt habe ich Angst. Ein geiler Schlauchapfel. Einen Schlauchapfel. Einen Schlauchapfel. Sorry. Das ist ja geil. Uuhh! Mal auch teil. Namaste Blääd! Jetzt werden wir noch Pressere płyn, scheisse! Huuh! Huuh! Youuhuuu! Das ist es wirklich. Das ist wild! Live spielen! Live spielen! Endlich wieder mal Live spielen! Geniessen wir es, ja! Alle ohne Maske spielen. Alle anderen haben eine an. Nein, sie nehmen keine an. Wenn sie sitzen, muss sie abziehen. Wie unfair! Ich glaube, der Kili ist der chilligste Fotograf. Was willst du Schnee machen? Prost! Wir haben uns so lange täglich vorbereitet. Im Meter von einem Jahr schon mal da. Alle Corona. Alles normal. Tausend Leute. Heute haben wir 60. Für die 60 mehr. Für die Tausend Leute. Ja, Mann! Das wird ein Geek, der in deinem Leben ist. Ja, Mann! Ein gutes Alts Drive-In auf drei. Eins, zwei, drei. Die Trausend Leute! Sie bleiben catastrophic. SeTC 말고 Ja. Das wird später ging8分. Das ist in mereka. Ja, was du lured jetzt der und beginnt durch Sudermaillager? Das war's. 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 Das war's.